hallo und willkommen zu einem neuen video. Entschuldigung dass es jetzt zwei oder drei tage kein video gab von mir. was auf jeden fall drei tage oder vier tage keine ahnung. ja ich hatte einfach keine videoideen bis heute und habe mir einfach nochmal die kommentare von euch durchgelesen und ja der hof hat sich wieder sehr viel verändert, denn ich habe mir das mal aufgeräumt. ja das sieht es auch viel schöner aus als der den ich davor hatte und den leider auch davor. er sieht mega schön aus und ja in den nächsten tagen und wochen. also auf jeden fall gibt es nächste woche oder übernächste woche ein video mit meinem holzpferd. aber ich sage euch nicht was oder die. die instatoren haben die wissens. was jetzt an euch erwartet nächste woche. aber ja auf jeden fall gibt es das mal. also nächstes mal noch ein haul. und ja das ist die ankündigung und es gibt den nächsten tagen auch noch oder morgen oder übermorgen. ich komme dann wieder zwei tage bis einen tag kein video. es kommt darauf an eben wie viel zeit ich habe. weil ich habe morgen wieder reiten. yay hätte er es eigentlich am donnerstag reiten. aber er hat sich wieder verschoben. aber um dieses thema geht es gerade nicht. denn es wird in nächsten zeit fritz von das wildpferd kommen und ich kann euch sagen wie viele folgen noch von fritz kommen. nämlich zwei bis also nochmal zwei voll also nochmal zwei staffeln und eben nochmal über neun folgen. weil ich bin gerade bei der vorletzten folge. ja die drehe ich wahrscheinlich morgen. aber ich weiß nicht ob die morgen rauskommen kann oder kann. weil ich eben wenig zeit habe morgen. und weil ich schon um 16 reiten habe. und ich immer um 8 Uhr aufstehe. bin erst um halb. erfähr dich. richtig. aber um dieses thema geht nicht. weil ich über zwei minuten schon plapper. sondern heute gibt es ein zeitabend neun box video. weil der hof hat sich sehr viel wieder verändert. und in den nächsten tagen oder wochen gibt es wieder ein hofrund tour. welche pferde eingetragen sind. also hier wohnen. ja ich würde einfach sagen wir legen auf mein video los. weil ich über zwei minuten blablabla. und ach ja guckt bitte auf meinen kanal info. weil dann habe ich da habe ich nämlich hingeschrieben wann ich ein video drehe höchstens. es kann auch sein dass jeden tag mein video kommt. aber leute guckt einfach in die also guckt nicht in die info box sondern auf meinen kanal. also ihr müsst auf meinen kanal klicken und dann sieht ihr da kanal also kanal irgendwo. und dann müsst ihr einfach dann dahin klicken sag ich mal. und dann wisst ihr wann ich videos drehe. und ja es kommt drauf an eben. und ich würde einfach sagen wir legen mit dem video los. so wir sind wieder mein zimmer. wow. ja hier stehen alle meine pferde. ich stehe gerade so. wenn niemand wissen. ja mein hof sieht. ich gebe euch mal den überblick. bitte entschuldigt dann das hier. und mein happy house da. ja das ist jetzt alles. vom ganzen hof habe ich heute umgeräumt. und es sah leute sehr schlimm davor. aber ich habe aufgeräumt. und ja. entschuldigung dass die paar noch liegen. oder so. ich muss noch mal stoppsaugen. aber ich wollte erst mal hier die pferde machen. sonst wird das nix. und auf jeden fall. jetzt legen wir los. so in die erste box kommt. ähm. ähm. storm rein. und nehme ich. ähm. in diese hier. da steht immer storm. ich weiß da steht noch. ähm. ähm. basey. aber egal. dann machen wir weiter mit. ähm. 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 melody. geil. ähm. oh gott. da muss ich später nochmal einräumen. so. melody kommt in. diese box hier. also das ist meine ganze kreide. da kommt ein pony. ja. so. dann würde ich auch mit dem steil hier hinten weitermachen. nehm ich. da kommen einfach jetzt mal die sheddys rein. also die sheddys. und wenn ich hier noch hier. also. äh. ponys. holz. ich tue einfach hier mal ponys rein. das sind jetzt mal wallache. aber egal. und die tue ich erstmal da rein. so. die sind jetzt hier. und dann werden wir mal. ähm. er hat keinen arme. oder sehe. ja. sie hat keinen arme. wenn ich jetzt mal ganz da eben machen. äh. arbeit. dann hier steht dann was. jossi. die steht hier. kommt hier raus. hier ist dann. luna. die. 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 hat. aber. ja. sie. übrigens. ist gleich. mit. der. wie geil. der. geht ja. auch. so. hallo. danke. dann. ist. hier noch. nicht. ernsthaft. dann steht hier einmal. mir oder so heißt die. Keine Ahnung. Könnt ihr gerne auch mal in den Kommentar schreiben, wenn die Kommentare mal wieder nicht aus sind. Und hallo, danke. Ich muss das eh noch verweitern, deshalb hallo. Okay, die bleiben mir jetzt liegen. Deshalb ist das gerade nicht so schlimm. Und das kann ich jetzt mal wieder verweitern. Und fertig. Ist diese Koppel, aber die wird größer. Weil ich noch Paterne übrig hatte, aber da hab ich zu spät nachgedacht. Egal. So, dann würde ich sagen, dass wir mit dem Vierer-Stall, also da, weitermachen und die Koppel. Per Talks habe ich jetzt noch mal mit den zwei Boxen und mit den Vieren da hinten. Und das suchen wir also mal für diesen Stall, also drei Viertel aus. Mal kurz. Dann wir nehmen mal Faxi. Hallo, danke. Ähm, Basie. Von da hinten. Wo ist was? Da. Fritz. Und die tue ich jetzt anzutieren. Und die kommen mal mit. So, ich würde sagen, dass da hin eine Stute wiederkommt. Oder Fritz. Ja, Fritz kommt hier rein. Eigentlich mal in der Box. Dann guckt ihr raus. Hier kommt Foxi hin. Und hier mit Basie. Basie war noch nie irgendwie in der Box. Also auf dem Per Talk. Danke. So, jetzt machen wir mit den vier Boxen weiter. Und dann mit dem hier, also mit dem Per Talk. Aber ich überlege, ob da Wallere und Stuten reinkommen. Aber, oder Hengste. Ähm, da ist Pepper, Spencer. Also, der Hund hatte irgendwie zwei Namen. Keine Ahnung. Ähm, da würde ich sagen, dass da einmal ähm, ähm, Star Riot reinkommt. Hallo, danke. Ähm, Ähm, äh, Sardeglens, weil ich jetzt nicht da rein haben. Ach, komm. Sardeglens kommt hier auch rein. Obwohl, sie war schon im Stall. Dann kommt, das muss ich nochmal überlegen. Dann würde ich sagen, dass da jetzt, äh, wo es Prinzess ist. Ach, hier. Prinzess hier reinkommt, in den Stall. Vielleicht noch zwei Stuten. Ähm, Ähm, Fee, nee, Mystery. Ist ja auch eine Stute. Ja, Schüte. Und Plosse. Die zwei kommen hier rein und die vier sind die zwei nochmal. Das ist der Hengste, zwei Stuten. Und die tut es voll treuen. Und hier ist Magic-Zent drin, aber egal. Hier kommt einmal Plosse hin. Sie frisst etwas oder will etwas fressen? Hallo, platzt du stehn. Oh, da noch nicht. Würde ich sagen, dass hier gleich die, also hier die Stuten hinkommen. Und das da, Oh man, was war das eigentlich für meine Logik? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Äh, kannst du mal stehen bleiben? Danke. Und hier einmal Prinzess. Die sind irgendwie so, ja, es kann wahrscheinlich fünfmal wird das sein. so, dann machen wir mit den zwei Stellen weiter und mit dem Paddock und ich würde sagen, dass da passen fünf bis vier Pfade rein. Da gucken wir mal. Dann nehmen wir einmal das Wallere. Das ist kein Waller. Hengste? Eigentlich habe ich so viele Hengste schon. Okay, Wallere und Hengste tue ich jetzt mal rein. Das sind Hengst. Okay, ich suche mal Wallere und Hengste oder Stuten aus. So, ich habe jetzt Wallere und Hengste. Einmal Rocky. Er kommt hier hin. Dann haben wir Salochen. Das ist gerade mein Lieblingspferd. Wir müssen frissen oder trinken, besser gesagt. Und hier steht ähm, Die zwei beschnuppert sich gerade. Spencer bleibt nicht stehen, aber egal. Danke. Dann kommt hier einmal, weiß ich nicht. Und da ganz hinten kommt Pepper rein. Also, ich glaube, das reicht. Und das sind sechs Jahre. Hm, gut. So, Leute, ich habe jetzt noch elf Boxen frei. Und in den elf Boxen würde ich sagen, dass wir erstmal die fünf machen. Weil das zählt dazu. Einmal kommt hier rein, Amigo, und namenlos. Die zwei kommen in dieser Box rein. Jetzt sind da eigentlich nur Hengste, aber egal. So, dann kommt hier einmal rein, Wolke. Und ich höre ich die Entscheidung. Sehr viel Chaos. Nelta, weil ich muss auch meine Studie mit Fohlen haben. das Fohlen werde ich dazugeben, das ist nämlich in der Box drin, hier. Und, ja, dann machen wir mit denen weiter. Dann würde ich sagen, dass da einmal Nadia reinkommt. Da rein kommt. Daisy in der Box. Wir machen das einfach mal abwechselnd, weil sonst wird das nichts. Dann würde ich nochmal sagen, dass mal eine Studie mit Fohlen wieder reinkommt. hier. Ja, das machen wir erst mal hier rein. Steht nicht. Dann kommt hier verlasst. Rocky. Äh, Toxo. Hat mal jemand geschrieben mir? Also, dann kommt eine Kommentare. Ich weiß nicht, er hereinkommt oder sie nochmal. Das ist gut. Ich würde sagen, mein Hengst. Er hier oder er hier? Keine Ahnung. Oder der ist so dumm. Aber egal. So, dann tun wir den rein. Und, da würde ich sagen, Studie und Hengst. Weil, sonst, ja, dann ist es gemischt ein bisschen mit Wallach. Weil, ich habe nicht so viele Wallache. Deshalb, so, wenn ich gerade die Anlass gesehen habe, würde ich sagen, dass hier mal die, ähm, schicke Linde reinkommen. Danke. Ähm, und, das ist eine schwierige Entscheidung. Er kommt hier rein. Große Spannung und es wird Uno. Jetzt Uno. Ach, das ist auch nichts. Ja. Genau. Ähm, ich tue die letzte Mal da wieder rein. Und, ja. So, Leute. Ähm, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Dann würde ich mich schon mal mit einem Daumen da oben freuen. Natürlich könnt ihr auch die Glocke aktivieren und auf Abonnieren klicken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und, ja, ich würde einfach was sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.